Das ist doch unglaublich. Neue Blutspende-Richtlinie. Sexuelle Orientierung spielt keine Rolle mehr. Wenn wir jetzt hier drüber sprechen, sexuelle Orientierung spielt keine Rolle mehr, dann kommt man hier jetzt mit Ideologie. Und dann erzählt euch, Moment, ihr dürft die Leute nicht abwerten, weil sexuell ist ja voll toll, wenn jemand so und so ist. Aber es ist absolut entgegen den Zahlen. Es ist ja so, dass im Grunde genommen, wenn ihr euch das anguckt, dass Apes beispielsweise eine Krankheit war, die lange Zeit nur unter Schwulen umhergegeistet ist. Schwulen und Drogensüchtlinge. Wollen wir sagen, dass wir auch nicht mehr testen dürfen, bei der Blutspende, ob jemand Drogen nimmt? Bringt das ein besseres Ergebnis? Seht ihr hier, was passiert? Gucken wir mal. Die Richtlinie der Bundesärztekammer, die am Montag in Kraft tritt, sieht vor, dass heterosexuelle Männer konkret nach ihrer Sexualpraxis befragt werden, bevor sie ihr Blut spenden können. Für homo- und bisexuelle Männer wird die Spende dagegen einfacher. Wisst ihr, warum das verboten war? Warum verschiedene Dinge verboten sind? Wisst ihr, was Rassismus eigentlich ist? Es ist im Grunde genommen eure Wahrnehmung der Realität. Ich sehe zum Beispiel einen Chinesen und sie sind immer klug und zurückhaltend. Das ist Rassismus, weil ihr habt ein Bild, das ihr aus der Realität bekommen habt. Da war immer ein bisschen was dabei, oder? Also ich sage euch das als Ausländer. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Ich habe als Ausländer an der Tür gearbeitet. Und ich bin zu meiner Abi-Party nicht reingekommen. So, warum war ich Ausländer? Die haben gesagt, ey, wir lassen dich nicht rein. Das ist doch für mich ungerecht. Ich bin ja jemand, der macht keinen Streit. Jetzt war ich Ausländer und es kommt irgendwann jemand zu mir, zu seiner Abi-Party und sagt, guck mal, ich bin Abiturient. Ich mache hier Abitur. Ich bin hier mit meiner Freundin. Ich will nur reinfeiern. Und ich will mich zurückerinnert an meine Geschichte. Es gab aber eine klare Regel. Nicht einen Ausländer lässt du rein in den Klub. Ich habe mich beschwert darüber. Mensch, ich sage, guck mal, der arme Junge, den können wir natürlich diskriminieren, sage ich. Wisst ihr, was passiert ist? Zwei Minuten später ringt dieser Alarm. Der einzige Ausländer in dem Klub hat einen Deutschen die Nase gebrochen. Wisst ihr, warum? Ich sage, bist du behindert wegen dir? Ich setze meinen Job aufs Spiel, sage ich. Ich sage, du Idiot, du hast mir doch gesagt, du wirst nichts machen. Er sagt, der hat meine Freundin angeguckt. Ich sage, was? Nicht mal angefasst? Also, versteht ihr das so? Also, wenn wir jetzt über Rassismus sprechen, wie soll ich Rassismus? Ich habe Geschichten erlebt an der eigenen Naut. Wie soll ich sagen? Hier, Moment, das Bild ist ja bestimmt nicht. Arabische Großfamilien, egal über welchen Punkt wir sprechen. Wir können ja sagen, wir können das nicht auf jeden abwälzen, aber der Großteil ist so. Wie nennen wir das jetzt? Das müsst ihr entscheiden.